Was ist FanTV? Herzlich Willkommen bei FanTV! Mein Name ist René. Wir sind Trend ist steil und modern. Und in der kommenden Mitte möchte ich euch mal kurz erklären, was ist eigentlich FanTV? Ich habe, glaube ich, jetzt über 80 Filme gemacht. Angefangen bei einer mittelmäßigen Qualität. Wir sind guten Qualität. Und langsam tendieren wir zu einer Qualität, wo ich mich jetzt auch präsentieren kann, wo ich sagen kann, jetzt traue ich mich fremde Leute vor der Kamera zu holen und fragen, für was brennst du? Was sind deine Hobbys? Was sind deine Leidenschaften? Zeig dich! Erzähl mir, warum du ausgerechnet für das so frenetisch brennst. Warum du deinen Körper quittst, wenn du ein Ausdauersportler bist. Oder warum du dich anmalst, wenn du irgendwo hingehst. Oder warum du sagst, ich kann kein Tag ohne meine Serie sein. Oder ich kann keinen Tag ohne, dass ich diese Musik gehört habe. Wie auch immer. Komm, schreib mich an und sag mir, René, ich habe Bock, meine frenetische Fananlage bei dir zu zeigen. Warum ich es geworden bin und warum ich euch davon begeistern möchte. Mein FanTV ist ein Format von Fans für Fans und nur du als Fan stehst bei mir in den Mittelpunkt. Nicht ich. Ich stelle die schwarze Fragen. Mich wird man auch mal sehen in der Kamera. Aber nur du. Nur du bist wichtig. Du darfst erzählen, warum wir uns dafür begeistern sollen, dir zuzuschauen. Und ehrlich, ich habe richtig Bock drauf, richtig verrückte Fans kennenzulernen. Ist egal was ich. Aber nicht verlangen, dass ich irgendwas mitmachen muss. Sondern ich mache gerne viele Sachen mit und lasse mir auch gerne davon beraten. Aber ich freue mich drauf, wenn ihr euch vor der Kamera zollt und sagt, René, ich bin Fan von das und das. Schaut dir das bitte an. So, jetzt habt ihr ungefähr ein Bild, was auf euch zukommen kann. Und in den nächsten zwei, drei Sendungen haben wir zum Beispiel einen Ausdauersportler. Wir haben einen Familienvater. Wir haben einen Menschen, der frenetisch dafür kämpft, dass es in Mobbing etwas besser gehen sollte. Und wir haben auch einen Profiprofiler. Und wir haben einen Jugendsportkoordinator. Wir haben einen Kinderarzt. Also wir haben ein vielfältiges Projekt am Laufen, wo es nicht nur heißt, Herzlich Willkommen bei FEN TV. Hier ist wieder Bericht der Stadt von Borussia Dortmund oder der Bundesliga oder sonstiges. Sondern wir gehen auch andere Themen an. Und ich freue mich auf euch, wenn ihr uns zuschreibt. Bleibt gesund. Pass auf euch auf. Keep Distance. Euer René von FEN TV. Bis bald. Ciao, ciao. Und dann soll ich dir wie auf das. Ich freue mich. Ich freue mich. Jetzt komme mir ab. Bis bald.